Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da mit dem Bau raus? Vielleicht seht ihr es im Hintergrund, da ist Kompost geliefert worden und jetzt kommt gerade ein neuer Zetter Vollkompost, ein neuer Fahrer und ich muss ihm zeigen, wo das Feld ist. Hier wird es Zuckerrüben geben und geplant sind 60 Kubikmeter Kompost pro Hektare und dafür kein Phosphor und kein Kali-Gesträt. Kompost geliefert worden. Kompost geliefert worden. Untertitelung des ZDF, 2020